Traurigkeit ist ein ganz, ganz schlechtes Thema, mein Freund. Es ist wissenschaftlich erwiesen worden, dass der Zusammenhang von Tränen und der Aufmerksamkeit absolut gegenseitig proportional zueinander verläuft. Das heißt, je mehr Tränen du im Auge hast, desto weniger Fernsehen kannst du sehen. So sieht's aus. So sieht's aus. Schlechtes Beispiel. Schlechter, schlecht. Schlecht.